Einfach mal im Auto schlafen. Wir zeigen euch, wie es geht. Einfach Rücksitze umklappen. Vor der Sitze werden dann auch nach vorne gezogen. Und dann könnt ihr die Zwischenräume mit allem möglichen füllen. Damit die Liegefläche auch am Kopf gerade bleibt, nehmen wir immer unsere Backpacks und füllen die restlichen Lücken. Jetzt könnt ihr alle eure anderen Sachen ganz einfach vorne verstauen. Anschließend pöseln wir die Liegefläche immer mit Isomatten aus. Dann kommt die Schlafsäcke noch rein, Kissen, Decken natürlich. Und schon sind wir fertig. Ihr seht, wie einfach es sein kann. Also auf ins neue Abenteuer.